So, jetzt aber, komm. Oh, nein. Ey, come on! Ey, ganz ehrlich mal! Ey, hab ich ja wirklich nicht gesehen, Alter. Oh mein Junge! Alter! Ja, grüß dich mit Raketenantrieben! Ey, yo, guck mal, wie gut ich bin! Oh mein Gott! Heilignaut tut noch mal ein Schmutz heutzutage. Ich war live dabei. Ding-Dong! Und ein Wunderschön, Hakuna, meine Tagle! Es wird ein Wunderschön, nirin! Heute, heute. Noob versus Pro-Warride. Das heißt, Aris, Noogi und Deko fahren den Noob-Warride. Und ich fahr' ganz elektronisch. den pro war die ganzen leute sind natürlich auch mit dabei einen wunderschönen hakuna guten feierabend guten dienst guten rauch und guten auch von meiner seite einen wunderschönen guten tag schön dass ich eingeschaltet habe was geht ab was mich gerade ein bisschen 100 hier zwei worte es gibt da steht level troll auf dem fernl was gesehen habe war auf der einen seite ein richtig simpler war auf der anderen seite war es ist jetzt was ist jetzt troll und was ist also was ist nun aber der hier mit den ganzen wollen wechseln okay dann müssen wir vielleicht nur jetzt sagen wo irgendwas ist ich gehe jetzt einfach mal links ich werde ich immer links nehme bin dabei ich nehme über links und wir haben den schiburek ach scheiße rechts und dass du zogen glück ja doch wir haben hier wir haben hier ganz schön crazy kann ist auch kein x20 aber das ist eine sportkarte hier einer italiener ist dass du das irgendwas italienisches ich glaube es ist der frex aber ich bin mir auch nicht nur autos und ich zumindest geht die autos keine ahnung aber ist das jetzt hot oder schrott der wer geil so eine wie hast du den bord wechseln bekommen kriege ich nicht ansatzweise ich habe gesehen dass es richtig absichtlich war ich wollte nach da oben das hat schon spaß der macht gut start sein viel spaß mit gdr digga marvin ist ja richtig am verzweifeln digga der macht immer eine komplette rolle ich habe gar keine ahnung wie das gehen soll er muss auch eine koralle machen ich hätte fast eine gemacht ich bin auch fast fast gegen diese eine dinge da reingefahren was da so reingebaut ist okay du musst einfach nur einfach nur fahren ganz oben was ist hier welche unsichtbaren sachen ich schau jetzt mal nuggie zu was für fehler macht er wie spielst du die community so scheiße echt ja hallo der war flippig gut das nicht gesehen ja wie ob ich willst du da reinfahren alles gut alles gut alles gut ja du machst das ja ganz nach oben ganz nach oben fahren nach oben weiter oben weiter oben weiter oben mit schwimmen mit schwimmen jetzt gib Gas hey second try links für sportwagen rechts für so ein links buggy wagen oh warte mal bei grip bin ich mir nicht so ganz sicher aber wo ist die oberpussie war auch gelogen links ist die oberpussie ja links ist oberpussie links ist die oberpussie wir fahren furia hi loogie arre ist der einzige mit den boogie hallo arre ist der einzige hat es jetzt mal aufhört mir auf den sack zu gehen alter was hast du für eine scheißkarre alter wie hässlich sind die denn auf uns oh ist das schön hier hallo arre ist oh man aber du schaffst es bestimmt second try arre ist Ich werde dich verfolgen. Hier muss man einen schmutzigen machen. Ich weiß nicht, ob Mugi das hinkriegt. Schmutzigen schafft er. Was muss man sonst noch machen? Hier drauf fahren? Guck mal, und hier wenden. Das ist ja richtig chillig. Warte, warte. Oh, das ist eine Oberpussy. Auto ist zu schnell. Und den nächsten? Yeah, Baby! Yeah! Wuhu! Ey, Mugi, du kannst ja jetzt nicht verkackt haben. Ja! Ey, ich wollte dir gerade noch was angucken. Nein! Egal, das ist so ein einfaches Fahrzeug. Können wir jetzt sagen, ich warte hier gerade auf Ares oder Mugi. Vielleicht kann ich ja nochmal Ares wegwadern. Oh oh. Und dann fällt mir den Scheiß zurück. Echt? Alter, okay, ja. Ja, an der Auffahrt ist ja eine Spirale oben. Oh, heftig. Das wird für Nugi, glaube ich, etwas schwieriger jetzt schon. Guck mal. Ey, leck mich! Er hat die geilere Kanne. Ey, oh Mann. Mega. Aris, du kannst doch nicht beim Scheiß schmutzigen verkacken. So, wie wieso ich bin durch? Ja doch, mit der Kanne geht das viel übertrieben. Ist geil. Ach du meine Güte, da kommt ja noch einer. Hi! Oh! Ist Mami schon auf dem Rückweg? Ich war auf dem Rückweg, aber Nugi war da. Ja. So, wer will jetzt... Ah, Leute. Ja, komm ey Aris, komm mir hier. Richtiger Blocker. Ey, aber bei mir nicht. Die Quads, die Quads. Ich bin durch, ich hab den Punkt. Komm. Ey, das kann ja mit Aris was werden hier. Ich glaube, das wird nicht Aris. Komm, ich hab dicke Eier, ich guck schon mal auf dem nächsten Fahrzeug, ne? Okay. Kann ich da... Ja, ich komm wieder zurück, glaub ich. Ah, Nugi muss ja... Oh, ich bin... Nein, 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 nein. Oh! Ich bin jetzt in dem pinken Ding hier. Oh! Ja, ja, ja. Oben ist so ne, kannst du sehen. Das ist ne große, schwarze Rampe. Ach du meine Güte. Ähm... Ich nehm... Große, schwarze Rampe? Ja. Ah, da. Okay. Oh! Oh yeah! Ja, ja, ja. X21. Wow! 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 Moin! Okay, und jetzt alle schön zurückfahren. Kriegen wir das hin? Komm! Komm her, Nugi! Hallo, mit Liebe zurückfahren. Mit Liebe zurückfahren. Okay, mit Liebe zurückfahren jetzt. Damit nur so viel oben an der Spirale ist ein Bumper. An der Spirale? Ja. 100%ig muss man da keine Koralle machen. Nein! Achso. Lol. Ja! Das ist... Ja, wieder durchschutzig, weil die Karre sich ja so ekelhaft verhält. Wenn du den... Wenn du den nicht so präzise... Ja, warte. Nein! Ich hab verkackt! Wow! Nein! Aufm Rückweg! Oh, schade. Style Korrektor. Das wär mega gewesen. Ohne Scheiß. So, jetzt noch. Komm. Oh, nein. AHHHHH! Come on! Ey, ganz ehrlich mal! Ey. Ich hab's ja wirklich nicht gesehen, Alter. Ja. Und ich wollte grad wirklich hochfahren. Komm ich nicht sehen. Sieht aus wie so'n Beetle. So'n Käfer. Ey, wie viel... Wie viel Bettler kann man bitte haben? Ey, jetzt mal ernsthaft. Das war so geil. Das war so schmuf. Und dann holzt du mich dann zwei Meter vom Bruch weg, oder was? Ja, Mann. Ey. 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 Öffne. Ey, kannst du nicht zu. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Alter. Aber es sieht ja grad so easy aus bei dir. Ich mach das jetzt auch so oft, ne? Wenn da jetzt kein Lerneffekt wär, wär ein bisschen traurig, oder? So, wir haben Nugi mal ein bisschen gecarried hier. Das war ein bisschen zu krass hier, der War Ride. Hopfen wir mal, dass der nächste besser wird. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, den Formular... Darf ich dich hier droppen? Ja, dropp mich. Gut. Haben wir den Formular oder den X21? Wollen wir Nugi sagen, wo was ist? Ich nehme einfach links. Das Ding ist, ich weiß nicht, was leichter wird. Irgendwie Formular, aber auf der anderen Seite den ganzen Vault-Wechsel hier und sowas mit dem Formular vielleicht auch ein bisschen... Also links ist auf jeden Fall Formular. Vielleicht können wir einfach dranbleiben. Das test ich mal eben gerade für Nugi. Ob man einfach nur dranbleiben kann. Guck mal, ich hatte die Strafe, ich musste das Ganze mit dem Smart machen. Mit dem Ponto. Deswegen habe ich es nicht hinbekommen. Nee, du musst schon einen Wechsel machen. Ha! Musst du wissen. Dann nimmst du am besten X21. Und der ist rechts. Dann bin ich ja diesmal der Einzige, der Formular-Pferd, ey. Ja, eben gerade war Aris der Leitragende. Vielleicht wird es aber noch einfacher mit dem Formular. Ich habe keine Ahnung, was da sonst noch gekommen ist. Oh, Leute, jetzt bin ich rechts schon reingefahren. Hätte ich mal den Formular genommen. Wobei, wenn jetzt hier noch... Oh, nee, 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 nee. Du hast alles richtig gemacht. Hier musst du hier so Sprüngen. Da kann man sich mal schnell überdrehen. Kann ich noch mitreißen? Leider nicht. Oh, da kommt noch ein Schmutziger. Oh, da kommt noch ein Schmutziger. Oh, Nogi. Kriegst du das hin? Ja, ne? Ja, das kriegen wir diesmal richtig hin. Oh, unten. Schmutziger. Oh, Downflip. Ei, 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 ei. Oh, Nogi, du tust mir leid. Okay, tut es mir gerade wirklich ein bisschen leid. Ich glaube, wir wissen nicht, dass er was schafft. Okay. Aber wir sind durch. Ja. Ihr seid durch. Second Curse Try. Das ging jetzt ja wirklich mehr als schnell. Okay, als nächstes wähle ich wieder. Ich nehme... Ich nehme hier und ich bin... Ja. Ich glaube, Deko irgendwie nicht. Aber ich bleibe ja bei links. Ich habe auch links genommen. Scheiße. Kacke. Das hört sich nicht gut an. Scheiße, Kacke. Okay, dann kommen wir mal. Hello. Hello. Oh. Hä, haben wir alle... Sind wir alle links reingeballert? Ja. Oh mein Gott. Okay, Nogi, beim nächsten Punkt, ne? Nogi muss rechts reinballern. Der Abschleppteams kommt schon, Nogi, ne? Ja, das ist gut. Aber dafür musst du dann wirklich den rechten Weg dann nehmen, ne? Du könnt auch sonst einfach... Ne, jetzt brauchen wir dich auf jeden Fall. Ja. Wir müssen Lucky Lucky machen, was rechts ist. Sind auf dem Weg noch irgendwelche Punkte, die man einsagen muss? Wunder Pro überall am Rolleratz. Ja. Hier hinten. Was kommt da denn jetzt? Ein Rollerrexel? Eine fette Rollerrexel. Nein, zu früh. Ich hab gehört, Nogi hat es. Yes! Regie? Hallo? Ich hab es geschafft. Regie? Wir sind jetzt alle links gefahren. Nogi, wir brauchen dich rechts. Okay, warte mal. Rechts. Also ich weiß wirklich... Bitte, Nogi, zeig uns den Weg. Rechts, 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 rechts. Das ist doch nicht, Nogi. Geil, Pimmel hier auf dich. Oh! Oh! Alter! Ich bin schon wieder! Er hat echt ein Flugzeug! Ey, das war ich! Nogi! Das ist ein schlechtes Bauchhauch. Ja, nee, ist klar, Alter. Gewinnt! Ja, der wird nicht gewinnen, Nogi. Ey, ist aber eine richtig geile Idee, ey. Ta-da! Da-da-da-da-da-da! Aber wir können jetzt, Hauptsache, Nogi gewinnen, ey. Nein, nein, nein. Dafür sorge ich. Ich fahr jetzt wirklich rein. Ich glaub, wir sind schneller, oder? Wir müssen jetzt so richtig Raketenantrieb machen und einfach Nogis Flugzeug rammen und die zerstören damit. Warte mal, ich kann euch doch noch runterschießen, ne? Wir sind einfach Zielsuchraketen. Wo seid ihr denn? Aber wir sind schneller, glaub ich, als du. Ich bin schon ganz weit vorne Ihr seid ja wirklich mega schnell Ich bin todeschnell Leider ist Nugi mir gerade ausgewischt Ich wollte wissen, was mein Motorrad mit seinem Flugzeug macht So eine richtige Flieger Aber nur, die auch so ein Jumbojet trifft Das glaube ich nicht Ich gleite jetzt zum allerersten Mal mit der Shotaro Oh, ich glaube, wir müssen aber einen anderen Winkel nehmen Oder direkt rein Oh, ich versuche direkt rein Oh mein Gott, das kann doch nichts werden, oder? Das ist ganz schön weit, wa? Wir haben immer noch ein War Ride Geil Oh, zum Glück, dass Nugi hier einfach fliegen kann Ich fliege jetzt gar nicht mit der Nugi vorbei Echt jetzt? Ja! Wo? Auf deiner linken Seite Ab ihn auf, first try, jawohl! Easy, easy! So, da oben, ich bin jetzt alle hier an dem Antennentor hier Ach, sauber Alter, ihr seid hier richtig mega schnell Ach du Scheiße, Alter Oh nein, ich kann euch sagen Okay, auf ihr schafft das first try Ich kann euch sagen, lol Lass uns noch nicht zeigen, lass uns noch nicht zeigen, was hier sind Lass uns schnell nach unten fahren Ja, wir haben ab Also, beides ist scheiße, das können wir sagen Ihr beide, ihr beide kleinen Miesmuscheln, ne? Also, ich dachte gerade, links wäre beschissen Aber rechts würde ich sagen, ist auch beschissen Okay, ich hab's first try hinbekommen Ja, rechts ist doch dezent scheiße Okay, Niki, entscheide dich, links oder rechts? Wo ist Nugi? Ist der auch schon da? Ja, ich bin gerade in der Stadt Also, links, wo ich bin, sind Oldschool-Vibes Oh, Oldschool-Vibes Oldschool-Vibes Ken King vielleicht? Mhm Komm mal nah ran, ja Ehrlich nah dran, als ob Ja Stay firsty Okay, also Aris mal rechts Ich nehm schon mal links Nein Hab dich gefunden Ich hab's extra runter geschafft, um zu gucken Niki hat's sogar auch first try geschafft Yeah Ja, schön Ja, dann entscheidet euch Dann nehm ich auch links Oho, Digga, ist ja richtig first try oldschool, Alter Ach du scheiße, Aris, bist du der Krankenwagen? Die ersten Tage Ja Ja Alter Alter Ey, Marvin, lass mal Aris ausbremsen Okay, warte Ja, danke, du hast mich jetzt auch überdrehen lassen Warte, ich werd extra langsamer Oh, ich glaub, im Krankenwagen ist aber einfacher, ne? Oh, ne Oh, ne Auf gar keinen Fall Nein Okay, du solltest richtig die ganze Zeit bremsen Ne Oh, shit Geil Ihr habt die viel leichtere Karre Ich glaube auch Breitere Radstand Oh, yeah, das heißt Es ist richtig belohnt, Aris so ein bisschen zu trollen, oder? Warte, es ist so... Nee, du wirst so weit hin Oh, warte, guck mal hier Oh, warte, guck mal hier Guck mal Schafft LoL Wirklich LoL Ihr müsst ein bisschen weiter nach oben abspringen LoL Nein, nein LoL, NUGI Passt, ey Digga, NUGI ist kein Erster geworden, so nicht, mein Lieber Shit Hä, wie soll das gehen? Ich hab auch keine Ahnung, was du da machen musst Also, an deiner Stelle würde ich versuchen, auf einem Ding zu fahren, oder? Also, ich hab's irgendwie so... So Also, ich meine, wir sind ja breit genug, aber ich glaube... Ich glaube, ich bin auch auf einem, ja Hättest du's auch gesagt Ist das nicht ein bisschen... Das ist zu dünn Ist ja jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen, ne? Nach oben abspringen, Leute! Alter! Aber wirklich heftig nach oben abspringen Es ist nicht machbar Es ist... Natürlich ist das machbar Ey, ich war durch und hab trotzdem verkackt LoL Wenn Diko sagen würde, ich war durch Und hab trotzdem verkackt Hast du verkackt? Du warst durch und hast verkackt? Ja Kannst du Kurven leiden? Mit F, äh... mit 4 und 6, ne? Naja, du musst auf jeden Fall ne Gruppe... Ach, D5A Das war noch Zeitpunkt Ich mach schon mal... Bis gleich Aber du hast doch auch fast First Show hinbekommen Naja, ich war schon oben auf dem blauen War Raid Und dann... Einmal oben an die... Warst du auch zu langsam? Jaja, einmal oben an die Ecke Und das zweite Mal war ich einfach zu langsam Ja, Dito Hat das? Oh! Daddy! Halt! Okay, du kannst entweder gliden... Oder ich hol dich hier ab... Ich versuch's mal zu gliden... Okay... Verkack nicht! Nicht ins Wasser! Ich kann dich überall abholen, ja? Du geh nicht ins Wasser! Mach ich doch nicht! Du droppst wie ein Stein ins Wasser da hinten gerade! Nein, doch nicht! Und... und tot! Nein! Und, hast du's geschafft zu gleiten jetzt? Ey, yo! Guck mal wie gut ich bin! Oh mein Gott! Ah! Okay, da oben... Wir sehen ihn! Nein! Er ist zwar nicht beim Punkt, aber wir sehen ihn! Aber ich bin unterm Punkt! Das ist doch schon mal etwas! Ich bin beim Strand! Okay, aber jetzt schnürzt er ab! Okay, wo soll ich dich abholen? Beim Basketballplatz! Unten... Direkt unter euch! Wo ist denn der Punkt? Wo ist denn der Punkt? Nogi hat's! Ja! Der Nogi hat das alles dann irgendwie hinbekommen! Nogi hat's! Keiner weiß wie, aber ich würde sagen, weil du so Pro-mäßig bist, fährst du jetzt auch den Pro-Wig, oder? Oh yeah! Direkt den Pro! Einmal den Pro-Wig versuchen! Wuh! Wow! Toll! Okay, das ging schnell! Keiner von uns ist weitergekommen als bis zum dritten Container! Hallo! Leute, was ist hier los? Das wird doch so nichts hier, Leute! Das wird doch nichts! Ein Autos! Die Welt zielten dran, Junge! Nice! Hallo, könnt ihr mir auch für eine Scheiße stopfen da? Ich mach mal in die Ego! Soll ich in die Ego gehen? Nein, warum? Nee, nicht Ego! Okay! Oh! Ich sehe nichts! Alles seitlich! Digger! Was war das für eine Kameraperspektive gerade? Ja! Nee, seitlich hatte ich alles! Oh Gott! Nein, 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 nein! Oh! Nein, nein! Stopp! Boah! Okay, falls links! Ich dachte, du wärst ein Pro, ne? Ich nehme alles zurück, ey! Hallo, ich bin weitergekommen als hier! Also, da waren wir noch vorne! Nee! Noch nicht! Nein! Ich hab ihn auch verkackt, den World wechseln! Ey, nein! Aber knapp! Oh shit! Ciao! Ihr miesen Lapons! Ja, ist klar, Alter! Ja! Okay, also Marvin, wenn Marvin es jetzt schafft, hat er es nicht verdient! Genau! Man verpiss dich doch, Dawis! Aber! Schaut mal! Unten links! Ey! Lol! Er hat wirklich beendet! Er hat ihn doch beendet! Er hat ihn doch beendet! Okay, party, 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 party! Ey! Ja! Marvin aber auch! Ihr gebt mir heute beide krass auf die Eier aus! Gar nicht, Alter! Nö, nö! Hä, wieso ich denn? Was hab ich denn mit eurem Scheiß zu tun? Ja! Einfach? Mann! Doch! Was sag ich dazu? Ey, fick mich, Alter! Scheiß, fick, fick Katze! Kacke, hier! Fick Katze! Und die beiden kommen niemals ins Ziel! Nuri ist im Ziel! Yes! Ja! Geil! So frech! Diese 20 Sekunden reichen noch niemals, Alter! Reicht noch nicht! Reicht noch nicht! Ey, ich konnte davor leider nicht anhalten! Ich musste durchfahren, ey! Das war mein Second Try! Das stimmt! Das stimmt! Das stimmt, ja! Leider! Fick mich, Alter! Ich war einmal durch alle Container durch! Ah, es hat es, Digga! Er wäre jetzt als Drittes im Ziel! Er kommt aber nicht ins Ziel! Er kommt nicht ins Ziel, ne! Aber er sieht das Ziel, ja von da schon! Deko, du musst einfach unten rechts Dritter werden! Schade! Dann wärst du noch auf dem Treppchen gewesen! Soll auch unten rechts Dritter werden! Das funktioniert ja nicht! Hallo! Digga, das war aber dann doch ein langes Ding, oder? That's what she said! Digga! Das war ganz schön lang, ja! Also... 50 Minuten, ganz schön krass, Alter! Ich glaube, das Solo-Ding wäre das aber innerhalb von 12 Minuten durch gewesen! So Pi mal Reis! Also gut, ciao! Tschüss! Daumen nach oben ballern! Schaut bei Aris und bei Nugi vorbei! Und habt noch einen wunderschönen Tag! Bis dann rein nochmal! Ciao, Ciao! Schaut, schau, tschaut... Arrr. Ey! Nein? Hör doch auf hier rumzuwackeln! Was hast du denn überhaupt da rein, oder was? Ncking! Digga, wo bist du? Der im Arsch weg, Alter, ganz tief drinne! Matthew! Hallo!